1.0, auf der 6, Jan Rappetschung von Wiener Akrati GSC, auf 5, Moritz Baumgartner, SV Simmerling, an 4, Dietz Schlauer von SV Eugen, auf der 3, Linz Rotter von SV Imst, an 2, Benzelt Janssen Pfannfuhren, Tiroler Wassersportverein, und auf Bahn 1, Alexander Iberhoff von SVS Schlimmerling. Ja, passt schon, du sollst es durchbringen, jetzt, sie wird es dann erlocken. Jetzt, ja. Super. Super. Ich mache noch keine Liegung. Du, ein Schimpf, das war mir... Du darfst ja gar nicht noch hinschauen, ich weiß, dass ich es jetzt gerade, gerade, gerade arbeiten. Echt, die Wünsche! Echt, die Wünsche! Das ist das Lauf-Faner. Das ist das Lauf-Faner. Schlauer oder Madejou? Und Madejou ist da mit 53, 54 vor den Schlauer und Zwaubaba. Danke. Danke.